Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe jetzt immer wieder an derselben Stelle vorbei. Ah, jetzt geht's nach unten. Schön. Und? Spiel? Spiel? Oh, es hat sich nicht mal aufgehangen. Schön, dann muss ich hier gleich speichern. Gut, das Ding ist hin. Wie sieht's zutatenmäßig? Oh, zutatenmäßig sieht's ganz schlecht aus. Das bedeutet, ich knalle hier nochmal beide Hitzeblitze raus, die ich hier noch verwenden kann. Und die machen wir jetzt so. Äh, hallo? Weigere dich nicht, lieber Gegner, denn du musst sterben. Es gibt gar keine Alternat- Alternative. Ah, Vergiftung. Okay. So, jetzt wird's komisch, muss ich schon sagen. Jetzt wird's komisch. Oh, Krafttaucherrecht, Level 4. Schön. Und willst du jetzt sterben, dann endlich... Mensch, das gibt's ja nicht so. Ja, mit dem Safe-Staten hab ich's jetzt mittlerweile auch schon so. Jeder, der das sieht und ich weiß, wieso das macht, der wird sich denken, Öh, so ein Cheater! Der kann das Spiel nicht mal ohne Cheaten spielen. Ja, Leute, das ist nicht richtig. Das ist nicht wahr. Oh, ich kann nicht mehr von dieser Zutat kaufen. Dann müssen wir wohl Öl kaufen. Oder war das Wachs und Öl? Ja, klar. Also, hatte ich noch ein Öl und konnte. Achso, weil ich von Öl zwei brauche. Okay. Okay. So, Kalkstein hab ich genug. Komm, deine Wasserbrüche, natürlich. Gut. Ich hab sogar noch Geld. Spielstand? Ja, speichern wir auch ausnahmsweise mal wieder. Tada! Auf Wiedersehen! Schön. Nun gut. Ja. Hundi, lass dich nicht... Lass dich nicht vernichten. Bleib doch einfach hier. Ja, lass dich auch nicht verseuchen. Ach, du doofes Ding. Nun gut. Wir müssen jetzt wieder nach Hector's Camp. Also, wir laufen hier durch. Laufen hier hoch. Kennt man ja alles. Ja, und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Energiesugformel wirklich trainiere. Mein Blöd wär's nicht. Ja, dann könnte ich auf jeden Fall gleich... Also, das wäre dann so... äh... Nutzen im Doppelpack quasi, weil dann ziehe ich den Gegnern Energie ab und... ich bekomme Energie dazu. Das einzige Problem ist nur, dass, ähm... Ja, der Energiesug Ethanol braucht. Das ist, glaube ich, relativ teuer. Und, äh... dass er auch Wurzeln braucht, das ich für den Krafttauch dann brauche, ne? Wie man sieht... Oh, der Energiesug erreicht Level 1. Was hat der bei Level 1 für eine Stärke? Ja, gut. Ist jetzt auch nicht zu prickeln. Wobei diese Gegner generell gegen Magie relativ, äh... Ja, immun nicht, aber eine relativ gute Magie ab. Wir haben, sag ich mal. So. Ja, ich mach das jetzt ein paar Mal. Der Hund... Wieso ist der alt? Jetzt ist der Hund auch noch krepiert. Na, Gott sei Dank hab ich genügend Hunde. So. Und er will irgendwie einfach nicht sterben. Ja, drei hab ich noch. Zwei hab ich noch. Und die... Es geht da oben was zum Angreifen. Ja, mach. Komm, greif an. Alter, was tut der Hund? Also wie gesagt, manchmal ist der Hund echt... Ja, manchmal ist der Hund echt einfach doof. Gut, 0 Energiesug. Und wie ihr seht, ich hab jetzt nicht mehr noch 54 Krafthauch, weil einfach ein Energiesug braucht zwei Wurzeln. Und ich brauch für einen Krafthauch brauch ich eine Wurzel, ja. Und da ist halt dann schon die Frage, was da jetzt wichtig ist. Weil ich sag mal so, mit Krafthauch, ich glaube, man kann Energiesug nie so hoch trainieren, dass ich, äh... dass die gleich stark ist wie Krafthauch. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist natürlich die Frage, was jetzt... was mir jetzt wichtiger ist, ja. Krafthauch oder was anderes. Oh, und siehe da, das Wasser ist weg. Ja. Jetzt gucken wir mal, was gibt's hier sonst noch. Hallo Junge, du siehst müde aus. Nein, ich möchte nicht überwachen, äh, übernachten, überwachen nämlich. Ich will hier, ja. Oh, ein Framme-Trop wieder mal. Und ich will hier eigentlich runter. Wo kann ich hier runter? Hier kann ich runter, super. Und Hector scheint eh nicht mehr da zu sein. Nee, Moment mal, Leute. Bevor wir hier runtergehen, nachdem das Wasser hier weg ist, ihr könnt's euch vielleicht vorstellen, gibt's auch ein paar andere Sachen, die man entdecken kann. Nämlich hier zum Beispiel kann man nach unten gehen. Ja. Und jetzt sind wir... Ja, wo sind wir jetzt? Oh, bei den Pyramiden. Ach, zieh an, zieh an. Ihr fragt euch immer noch, was die Logik ist, wenn man hier in das Loch reinfällt, dass man da bei Hector's Camp wieder aufwacht. Ja, das frage ich mich schon, seit ich das Spiel spiele. Ähm, und seit ich das Spiel kenne. Und das ist schon relativ lange. Aber gut. Ja, hier kann ich natürlich nicht weiter. Die Gegner lassen wir jetzt einfach mal rechts liegen, denn links liegen lassen hab ich sie schon letztens. Hundi, erschnüffelst du eigentlich irgendwas? Gibt's hier was Interessantes? Nee, natürlich nicht. Ja. Und der Hund ist vergiftet. Ach, wie mir das leid tut, nicht. Ist mir doch egal. Der Hund vergiftet ist. Ja, ich weiß, ich bin jetzt überhaupt nicht Tierliebe und so. Ist mir aber egal. Wenn er nicht aufpassen kann, der Hund, dann kann ich auch nichts dafür, ne? Muss man jetzt leider so in aller Härte sagen. Und ich weiß nicht, wofür diese lustigen, äh, kleinen Pyramiden... Das wollte ich eigentlich so jetzt nicht. Für was diese lustigen, kleinen Pyramidenchen da sind. Aber, naja, ich glaub, die sind für gar nichts. Oh. Ich kann hier raus. Schön. Will ich aber nicht. Nein, will ich nicht, hab ich gesagt. Wir gehen nämlich hier rein. Und ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ach, hey, ach, hey, ach, hey. Und ich speichere hier. Oh, das war jetzt eigentlich ganz blöd, merke ich gerade. Aber hier sieht man eine äußerst interessante Teleporter-Plattform. Und ich mach die drei lustigen Oaklins einfach mal hier mit dem kaputt. Gerade erreicht Level 20. schön. Hundi, findest du was? Nee. Und, was passiert hier? Zack. Oh, ne tolle Teleporter-Plattform. Und wir kommen mitten in der Pyramide wieder raus. Ach, hey. Ja, und hier ist halt jetzt die Frage, müssen wir hier hin? Hm, weiß nicht genau. Ich weiß ja, dass die ganz viel Geld bekommen. Da geht ja recht, Level 18. sehr schön. Na komm schon. Ja, da laufen wir jetzt noch schnell durch. Was soll schon schieflaufen? Vielleicht finden wir irgendwas, was wir erst in 100 Folgen finden sollten. Egal, das machen wir jetzt schnell. Hey, wir zerstören hier alle. Zack, 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 zack. Gesagt, wenn's uns nicht umbringt, macht's uns härter. Und die Tür können wir Gott sei Dank auch mit der Axt noch einschlagen. Nochmal auf alle. Wieso ist hier kein Gatt da drüber? Äußerst merkwürdig. Hm. Äußerst merkwürdig. Ja, und natürlich, Hitzeblitz verwenden wir natürlich bis zur Vergasung, wobei ich könnte ja auch mal also nie Energie, so kann ich nicht, weil ich habe ja kein Ethanol mehr. Zack. Zack. Ja. Ah, der Hund muss wieder verfehlen. Komm und friss. Ja, ich könnte den Hund auch so einstellen, damit er nicht so lange auflädt, aber ich sag mal so, ich ähm, ja, ich will das ehrlich gesagt, so, dass der so lange auflädt, weil dann macht er, wenn er einen Angriff macht, einen richtig starken, oh mein Gott. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Nämlich fast tot. Nicht ganz, aber fast. Ja, schön, ne? Ha, dieses blöde Ding hier. Autsch. Ja, da unten wäre ein Teleporter, da geben wir jetzt noch nicht rein, denn ich will das schön der Reihe nach machen, damit ich hier nicht... Ach, wie süß. Okay. Aber ich kann den hier zumindest wehtun. Zack. Ich vermute mal, diese Blockaden kann ich dann irgendwann später mit einer anderen tollen Waffe zerstören. So. Ich weiß es leider nicht mehr genau, aber müssen wir uns merken, falls wir hier wieder herkommen. Ja, toll, Hund. Toll hast du das gemacht. Hundi, rein da. Und wir kommen... Ah, wir kommen hier. Sehr schön. Okay, das sieht man, ja, alles schön. Reihe nach. Zack. Hundekuchen, toll. Hundekuchen ist nie schlecht. Und ich speichere Sicherheitshalber nochmal. Kann ja sein, dass irgendwas passiert wieder mal, ne? So, das bedeutet jetzt, haben wir hier scheinbar den ersten Abschnitt fertig gemacht, ne? Gehen wir hier rauf. Ja, dann machen wir, machen wir mal dieses lustige Ding hier. Okay, dann nicht. Gehen wir da rein, in die Mitte. Okay, hier kann ich nicht rein, toll. Wieso kann ich hier nicht rein? Ja, jetzt wird es mir mal wieder zu bunt, ne? Zu viele Farben hier. Wieso heißt das eigentlich dieses Sprichwort, es wird mir zu bunt? Ich meine, hat das was mit Farben zu tun? Ist das irgendwie in Verbindung mit, weiß ich nicht, ist das so ein Sprichwort von einem Maler, wenn irgendwie der Lehrling es satt hatte, die weiße Farbe an die Wand zu streichen und dann irgendwie andere Farbe genommen hat und dann hat hier der Chef gesagt, ey, jetzt wird es mir zu bunt. Wenn du jetzt hier diesen grünen Klecks auch noch machst, dann werfe ich dich raus. Oder woher kommt das eigentlich? Das wäre mal interessant. Hm. Falls es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Ja, diese blöden Dinger hier, die sind hier überall. Nur das Tolle ist, diese Dinger hier, wenn ich mich nicht irre, bekommt man von einem diese Dinger 250 Diamanten. Mal gucken. Wir haben 4.779, jetzt machen wir den kaputt, da müssten wir eigentlich 5.000 haben. Komm, Toggi, mach kaputt. Alter. Ey. Oder war das der? Ja. Also das zahlt sich hier auf jeden Fall 100% aus, dass man hier die Gegend alle tötet. Und das ist sicherlich eine der Gegenden, wo man am besten zu Geld kommt. Zauberperle gefunden. Wunderbar. So. Wie viele Zauberperlen haben wir jetzt eigentlich schon? Das wäre eigentlich auch interessant. 14. Wahnsinn. Oh, hallo, Sachmed. Sachmal Sachmed. Geht's dir gut? Ne? Sach. Autsch. Da darf ja wohl nicht wahr sein hier, ne? Ach, so ein kleiner kommt auch wieder. Ein Olgin. Sach, Sach. Gut. Und das wären die beiden gewesen. Oh, da ist ja noch so ein Spaßvogel. Ja, und der Hitzeblitz war wieder komplett umsonst. Danke, Doggi. Also manchmal muss ich sagen, ist der Hund echt zu allen zu blöde. So, komme ich jetzt hier irgendwo noch weiter? Nee, hier war ich schon. Hm. Ist jetzt etwas merkwürdig. Gut, wie es aussieht. Oder sieht es hier jetzt so aus? Komme ich hier jetzt nirgendwo mehr weiter? Also hier nicht? Nee. Ich könnte die beiden, ich werde die drei da drinnen noch zerstören. Dafür habe ich den Hitzeblitz. Das war jetzt zu früh. Oder? Nee. Da kommt schon. Zack. Ah, schade. Einer hätte was fallen lassen, aber da komme ich jetzt leider nicht ran. Wunderbar. Das einzige, was jetzt nicht so wunderbar ist, ist, dass ich hier nicht vorbeikomme. Hm. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch einen Schalter? Nee. Gehen wir noch mal hier rein. Zack. Und die kommt schon. Jetzt machen wir folgendes, dass wir hier jetzt zu allererst hier nochmal reingehen. Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Spiel, wenn du dich jetzt aufhängst, ich sag's nur, häng dich jetzt ja nicht auf. Oh Gott. was ich eigentlich machen wollte, ist hier jetzt zu allererst reingehen. Bringen wir das was? Nein. Nein, nein. Ja, und ich denke, ich gehe jetzt, weil recht viel weiter kommen wir ja nicht. Da müssen wir dann wieder zurück, wenn wir die Fähigkeit oder die Waffe haben, hier mit der wir diese komischen Barrikaden da zerstören können. Zack, zack, zack. Dreimal gestorben. Super. Und richtig viel Kohle eingesackt. Kommt auch noch dazu. So, abspeichern wieder mal. Oh, der Hund riecht was. Und? Nee. Ja, manchmal tut der auch randommäßig so, als würde er was riechen. Riecht aber gar nichts. Das ist ein doofes Hund. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Krafthauch. Ja, und jetzt steht der so lange vor mir, bis ich wieder quasi verfügbar bin zum Angreifen. So, jetzt gucken wir nochmal hier runter. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Hundi riecht was? Riecht der da wirklich was? Oder ist das nur wieder so? Ist wieder nur ein Fake riechen. Na klar. Doofes, doofes Hundi. Tja, jetzt gucken wir mal. Ich glaube zwar, da ist eh nix da oben. Außer der Hund riecht vermutlich ein paar tolle Sachen hier irgendwo. Ja, ja, riecht es. Ich glaube es. Hier? Nee. Hier? Hier? Nee. Ah, Schwefel. Schön. Schwefelwasserstoff. Und diese merkwürdigen drei Steine hier, da könnte man theoretisch auch was ausgraben. Also, sieht zumindest so aus. Er riecht schon wieder etwas. Ist ja auch noch was. Hier hatten wir doch... Hundi! Wir hatten doch den Schwefel schon ausgegraben. Nee. Oh, ich bin vergiftet. Ach, wie doof. Das Witzige ist, manchmal tut der Hund gar nicht riechen. Auch wenn ich sage, riech mal, ne? Ja. Tja. Wobei ich sagen muss, dieses Spiel hört weit besser auf Kommandos als sein großer Bruder oder sein kleiner Bruder. Sowieso greife ich jetzt eigentlich immer wieder nur einen Gegner an. So wie viel besser als sein großer oder kleiner Bruder jährlich dem wie man sehen will. Secret of Evermore. Denn da hatte ich zumindest oft massive Probleme damit, dass ich einen Knopf weiß ich nicht durch das durch den Controller durchgedrückt habe. Und ja, der liebe Charakter trotzdem nicht das gemacht hat, was ich wollte. Naja.